Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von INSIDE. In der letzten Folge sind wir ja zu diesem Klumpen hier verschmolzen. Kann ich den vielleicht irgendwie hochwerfen? Okay, nicht. Ah, aber vielleicht kann ich den da da hier hinlegen und draufklettern. Nanananananana, nein. Nein. Genau, da draufklettern. Okay, kann ich nicht. Oh, da ist alles wieder zu. Okay, hat er das gar nicht gespeichert. Gut, dann müssen wir das Ding da mitnehmen. Äh, ja. Nein, falsche Richtung Key. Nein, nein. Du sollst das nach oben werfen. Hm. Hm. Jetzt konnten wir die Kiste da rein werfen. Ja. 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 Geh mal. Hm. Jetzt kriegen wir den nochmal an. Jetzt haben wir die Sprengkleranlage eingeschaltet das hilft uns wie weiter Gar nicht Guck mal dieses Maschinchen hier irgendwie in Gang setzen Hm Reinkrabbeln können wir da nicht Oh 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 Ah, oder wir klettern auf die Kiste und hängen uns da dran an die Anlage. Du hast sie doch eben auch umstoßen können. Danke. Hmm. Ach, nicht so weit weg werfen. Hmm. 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 Doch da reinwerfen? Jetzt brennt sie. Wie hilft uns das weiter? Muss ich die Kiste brennend? Nein. Nein. Wie soll ich denn das koordiniert kriegen? Ach, Menno. Himmel, Herrgott, nochmal. Liebe Entwickler, wenn ihr sowas macht, dann denkt bitte auch an die Leute, die eine Tastatur spielen. Ah, dann noch gleich zwei von den Dingern. Ah, das Ding wirft unkontrolliert weg. Sorry aber Leute, das ist Murks. Absoluter Murks. Nicht wundern, dass der hier jetzt gerade, dass ich das mit der nicht brennenden Kiste mache, aber ich versuche jetzt gerade mal ein klein wenig zu üben. Wenn sie das schon so machen, dann hätten sie sich wenigstens den Wassergraben sparen können. Sorry, aber das ist... Jungs, das ist Murks. Absoluter Murks. Wenn das wirklich die Lösung sein soll, die Kiste da brennend rüber zu bringen, dann ist das Käse. Aber sowas von Käse. Ja. 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 Das ist wirklich... Ja. 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 Und? Die Kiste da drüber werfen und fangen. Meine Fresse. Sorry, aber wer hat sich so einen Käse ausgedacht? Wer hat sich so einen Käse ausgedacht? Oh, das war ja sowas von klar. Scheiße. Entschuldigung für den Ausdruck, aber das ist Murks. Das ist Murks. Das mag vielleicht funktionieren, wenn man mit einer Konsole oder irgendwas spielt und mit der Tastatur ist das Murks. Absolut. Tut mir leid, wenn ich das so unverblüht sagen muss. Nein, ach, Himmel! Blöde Kiste. Hör genau, krabbel doch da rein, du. Hör genau, krabbel doch da rein. Scheiß, Dreck. Anders kann man das echt nicht mehr sagen. Weg mit dem Müll. Meine Herren. Das ist mit Tastatursteuerung echt fast nicht zu schaffen, Jungs. Da habt ihr Käse gemacht. Absoluten Käse. Mann! Lauf los, du blöder Hund. Mann! Entschuldig bitte die etwas aggressive Ausdrucksweise hier, aber da kann man Hals kriegen. Das ist wirklich von der Steuerung her sowas von Müll. Dann sollten sie Konsolenzwang oder eben was drunter schreiben. Oh, Gott sei Dank. meine herren und jetzt und weiter geht's ich hoffe es wird jetzt besser auch lösbar für leute die mit der tastatur hier steuern hmm Müssen wir an das Ding da hoch? Wahrscheinlich. Geh! Cool, jetzt haben wir ein Loch reingemacht. So, jetzt spielen wir aber hoffentlich bis zum Ende. Die letzte Folge ist ja schon unerwartet lang geworden. Eigentlich würde ich die gerne mitnehmen, bitte. Jetzt müsste ich eigentlich das Ding da ziehen. Wie mache ich das? Nein, die Kiste soll stehen bleiben. Muss ich die da hochwerfen? Idee richtig, nur dann... Okay, ich muss sie zu sehen. Ich muss jetzt sich hochwerfen. Ach je... Was macht ihr mit mir? Oh. Tschuldigung. Danke fürs Wiederholen. Ich... 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 Nach dem wird... Ich... Das... Ich... Jetzt... Ich... Danke. Merf doch die Kiste nicht dahin, du blödes Teil, du. Puh. Puh. Hm. Insgesamt ist unser Handlungsspielraum hier sehr übersichtlich. Das ist unser Handlungsspielraum. Okay. Quetschen wir uns mal durch. Das Problem ist, dass ich nicht ansatzweise weiß, wie lange das hier noch geht. Ich hatte ja eigentlich Hoffnung, dass das eben kürzlich, also da wo wir zu dieser Mutationen wurden, kurz danach dann zu Ende war. Ja, aber dem war nicht so. Aber eigentlich kann es nicht mehr ganz lange dauern, würde ich sagen. Dann brechen wir nochmal durch. Okay. Oops. Ähm. Falls euch wundert, dass sich nichts tut. Ich habe keine Tastatur einge... also ich kann nichts machen. Hm. Worauf wartet das Spiel? Ist das das Ende? Es ist das Ende. Eher etwas verstörendes Ende. Ende. Enden wir tatsächlich da als Fleischklumpen? An der Küste. Tester Jakob Helleboje. Der sollte das nächste Mal mit Rastatur spielen. Hm. Ein merkwürdiger Anfang, ein merkwürdiges Zwischenstück und ein noch sehr viel merkwürdigeres Ende. Ich muss sagen, das Spiel lässt einen etwas verstört zurück. All das Leiden des Jungen auf der Flucht, um letztendlich als großer Fleischklumpen zu enden. Ja. Offensichtlich mehr passiert wohl nicht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe ihr hattet euren Spaß. Ich hatte meinen auch, wenn ich an ein, zwei Stellen doch mal ein wenig genervt war. Aber am Großen und Ganzen hat mir das Spiel viel Spaß gemacht. Hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Was jetzt als nächstes Spiel kommt, kann ich noch nicht sagen. Ich habe ja noch drei andere momentan am Laufen. Und ja, hoffe wir sehen uns demnächst auf diesem Kanal wieder. Ich sage tschüss und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. cold Dun Klang